moin moin youtube und herzlich willkommen auf dem piratenfluss der des untergangs ja mit dabei ist wieder das monkey heute hallo grüßt euch ich hoffe ihr seid heute alle seetauglich wir brauchen euch ach mein haken ist weg natürlich genau beginnt zur nächsten folge haken weg ein mann frei vorbereitung ist alles okay was ist der plan heute definitiv wir brauchen mehr netze leute wir brauchen mehr netze ja aber als erstes brauchen wir eine insel das wäre ja langweilig ich brauche seine sei ja du kannst du die palmen da platt machen in den holz aus paar blätter ganz überseite klopfen ist gut haben wir denn jetzt schon ja wir haben einen anker natürlich ist der wahnsinn zumindest einer muss ja vorbereitet sein so warte mal werkzeuge ich bräuchte denn auch mal eine axt eine stein axt haben wir noch stein ich habe schon ja immer stein ich brauche die axt wie viel warte denn zwei warte schön an geföhnen und haken und ein haken auch dumme leser und blitzen braucht erstmal nicht ja ich hoffe ihr habt alle die erste folge genossen und findet toll was wir machen mal schauen wo die reise noch hingeht schreibt doch gerne einen kommentar dann wissen wir dass ihr dabei seid genau und was haben wir vergessen in der letzten folge zu sagen vieles der standard spruch eines jeden youtubers was haben wir vergessen abonnieren mit ihren glocke hinzufügen na gut wenn sein muss nein wir freuen uns natürlich über jedes über jeden like von euch jedes abo es hilft uns alles weiter unterstützt uns gerne und dann werden wir noch ganz viel tollen content für euch machen aber ihr könnt uns ja mal sagen was ihr euch gerne wünschen würdet was wir mal für euch spielen sollen oder mit euch spielen sollen spiel bitte nicht mit dir selbst zu viel content jetzt zu viel content so wo ist denn dieser hässliche hai der harry harry ist gerade auf der anderen seite der insel wo ich eigentlich dachte dass er da nicht hinschwimmt und ich da ins wasser gehen wollte ja ich wollte eigentlich auch ins wasser gehen ja dann geh du da mal ins wasser dann schwimmt er zu dir und dann gehe ich vorne ja nie eine wassermelone und einen ananas sehr schön ich habe auch scheine wassermelonen die habe ich auch gerade vernichtet ich hunger hatte die blumen lassen wir hier ja den brauchen wir noch nicht den rotz ich habe jetzt schon ganz viel ton gefunden wo ja dann gibt er noch einen ton von dir ja da war ein hei hat mich an hat mich angefuttert auch mich er hat dich ja gut ansonsten würde diese ja fast behaupten ist die insel recht gut abgegrast ja die insel schon aber im wasser noch nicht scheiß auf den heiserste ja ja wir können nicht opfern aber wir können noch einen heiköder bauen oder gab es doch nicht sowas ich suche mal hat mir schon wieder ein beinchen hat mir schon wieder ein beinchen abgebissen ja das nicht zufällig ein herring oder eine seebrasse nein aber du kannst ja eine angel bauen aber ich sag mal ich bin ja fast der meinung lass uns doch einfach jetzt mal weitermachen ja weil wir es halt einfach können bringt ja jetzt eh nichts hier sich von dem high auffressen zu lassen das stimmt allerdings trotzdem lass mich gerade auffressen die waren das was man mit ja ja schon klar wir waren das noch mal mit diesen kisten wie konnte ich die noch mal aufmachen muss einwand die hand nehmen und dann aufmachen linke maustaste gedrückt halten glaube ich oh die luft ist mir ausgegangen ja also wollen wir weiter oder ja was ist dein plan bin ich dafür dann danke wir machen neun weg von den will aber eine ananas ja ja das ist dir schmecken aber sogar drei ananasse neun neun ananas habe ich tatsächlich nicht soo dann schwimmen wir mal mit dem wind mit dem wind mit dem wind leisten bei dir mit dem wind ja siehst doch hier die den wimpel immer noch planken damit ich die netze schützen kann zwei planken brauche ich ja hier du kriegst alles was ich habe gut dann werde ich mir eine runde angeln brauche mein erster herring super guck mal da liegen kartoffeln auf dem ofen ja ernten 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 soo rüber pflanzen 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 genau gießen müssen wir glaube ich nicht weil es regnet das erledigt sich von selbst soo runter drauf runter drauf hu auf runter kartoffeln haben willst du bescheid sagen achso bescheid danke warte ah so langsam wäre es mal zeit für eine kiste ne ja hast du noch ein seil ne aber ich könnte eins produzieren ja das wäre traumhaft warte wo bist denn du ach da soo du hättest gern ein seil seil ein seil so und wie war das jetzt mit denen mit den kisten im seil brauche ich erstmal ja ja da und mit den kisten achso achso ach jetzt komm ich da nicht ran dann kann er sich aufnehmen aber ich ja hab mir das segel auf und zu gemacht dann schmeißen wir nochmal her ja bitte ja soo mal den ganzen kram rüber den wir nicht brauchen hast du noch blätter damit ich seil herstellen kann eins oder seil bringt mich nicht weit was meinst du warum ich dich nach seilen gefragt habe weil du es kannst aber zwei seile habe ich jetzt das ist gut die könnte ich auch gebrauchen hier hast du zwei seile und einen platz b ich über hab credibility habe ich jetzt ивал so was wollte ich jetzt tun ich wollte angeln längst mich immer ab und dann sein wenn ich schlimm er hat er kann würde ich sagen hast du noch schrott ja auch für den ja aber das wird eh zu spät sage ich doch natürlich natürlich aber einen schrott kriegst du gleich auch blanken wo bist du denn da warst du hier sind ein paar planken und ein bisschen schrott muss auch sammeln hinten ist ein fass so magst du gerne fisch essen ja 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 hier haben wir eine kiste das rein ein haiköder haben wir und ein anker hast du seile sechs stück ja brauchst du die ja kriege ich die ja liegen an der kiste kommst du da nicht hin ja ich bin da schon muss ich wieder anfangen also zwei seile habe ich ja so über jetzt haben das wäre gut bitteschön so bete sind leer ja ja ich habe die alle reingepackt ja ich hätte gleich noch nachführen können das und sonst können wir nicht erforschen haben wir stein schon ja noch ja bin ich mir ziemlich sicher ja was haben wir dann noch nicht ein nasser ziegel und trocknen hast du noch planken ja die brauche ich tatsächlich jetzt selber unser grill braucht auch planken aber das interessiert dich nicht ich weiß ja wir brauchen mehr netze ich bin ja dabei aber du willst ja ständig meine materialien haben ja und du gibst sie mir ja ich weiß finde den fehler auch sei oder blatt papier blätter habe damit und ich brauche planken sechs stück ich weiß noch nicht mehr was wir machen wollte mit dem plan aber hauptsache erstmal rum ja man ich brauche ich brauche ich brauche und der arme bischof der kommt wieder zu nichts ja haben das besseres brauchen das weißt du doch naja kann man auch sein 1 0 blanke würde ich sagen so mal jemand irgendwo eine insel dann jetzt erzähl mal was wollte ich denn machen ich habe doch keine ahnung ich auch nicht mensch bengel wenn du das nicht weißt werden so wir brauchen eine schmelze sehr schön wo sind die nächste insel sagen wir beide aus fünf kilometer aber wo bist du kannst du wieder bin doch schon drin ach ja ich verhungere ich auch ich auch ich will das ding jetzt noch haben und das würde ich noch haben und dass das das ist das Ah, schade. Na gut. Ich habe nichts mehr. Haben wir hier noch was drin? Haben wir noch was auf dem Grill? Ja, wir haben noch was auf dem Grill. Ja, ich habe gerade zwei Rüben gegessen. Kannst du beide haben. Oh, jetzt gibt es Fisch. Ja. Hast du wieder ein Wasser? Warum? Ja, jetzt kann, Junge. Ui. Fassen. Säge setzen. Insel? Ui, ja. Aber da ist man meistens immer wieder... Natürlich. Ich fall wieder ins Wasser und genau da ist gerade der Hai. Ja, Harry hätte auf dich gewartet. Ja, als hätte er auf mich gewartet. Eine ganz große Insel. Ja. 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 Ja, schön. Dann kommen wir doch langsam voran. Denk ich. Ich habe das Gefühl, dass wir vorbei segeln. Ah, wo soll das passen? Sehr schön. Haben wir denn schon einen Bogen? Den können wir doch gar nicht bauen, ne? Schade. Natürlich haben wir einen Bogen, den überspannst du ständig. Mhm. Irgendwas muss ich ja können. Hm. Was brauchen wir denn für den Bogen? Kletterpflanzenglibber und einen Bolzen. Hast du einen Bolzen? Nein. Kletterpflanzenglibber wahrscheinlich auch nicht. Hm. Hm. Oje, eine Insel. Können wir uns noch an Truhe leisten? Hast du noch Schrott? Ja. Ja, sechs Aue. Hier, trinke bitte erstmal, bevor wir auf die Insel gehen, dass du mit dem Trinken voll bist. Hast du bald aufgefüllt? Ja. Da drüben ist der Strand und wo fährt der Monkey hin? Der fährt hier direkt an die Klippe. Hm. Wie immer. Ah, mein Inventar ist voll, ne? Ähm, hast du jetzt noch einen Schrott für mich? Ach so, ja, warte. Was ist das? Hier. Ist du da? Wo? Hier, bei mir. Nee, nicht aufm Floß. Doch. Woher? Geronimo! Danke. So, mal gucken, wo hier das Wildschwein ist. Ich hab noch Kisten gebaut, wenn du dein Inventar leer machen möchtest. Gerade erstmal nicht. Ich bin jetzt hier erstmal vorne am Abholzen. Ein Ananas. Zwei Ananas. Eine Steinacht. Da. Töjetisch. 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 Foldern, es geht schon。 Bist du schon fertig mit der Insel? Nö. Ich bin auch gleich da. Ah, ich hab... Was hast du? Da war ein Wildschwein. Was denn? Ein wild gewordenes Schwein. Und du hast es erlegt. Nein. Es wird dich erlegt. Es will mich erlegen. So... Was brauchen wir hier für eine Art der Glibber raus? Die Sau will mich erlegen. Will ich gar nicht. Ach, die andere Sau. Ja. Ja. So. Sehr schön. Aber ich werde jetzt irgendwie versuchen zurück zum Floß zu kommen. Und dann würde ich sagen... Rennen wir diese Folge. Rennen wir diese Folge. Kann man hier eigentlich auch irgendwie rennen? Ja. Die Shift-Taste gedrückt halten. Mal gucken, ob wir hier noch was zu essen finden. Das heißt, Blumen. Ich denke, die Blumen können wir vernachlässigen. Der Valentin-Sack ist vorbei. Wohi. 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 okay das schwein hat mich fast erlegt schade aber wo bist du denn das wohl zum fluss zurückkommen ja ja ich bin ja schon auf dem weg jetzt warte ich hier die ganze zeit auf dich müssen wir alle auf dich warten ja ja als würde die community jetzt gerade meckern weil ich länger brauche ja schreibt in die kommentare soll der bishop sich mehr beeilen in zukunft oder ist das so in ordnung ich bin schon auf die weg ja war ja klar ein stein abgebaut und ist mit dem haken kaputt veronimo ich bin da wo bist du noch nicht da du nase ich wünsche euch allen einen wunderschönen abend schaut ruhig noch bei den anderen playlists rein bei den anderen projekten und dem schaut bei dem ist monkey rein schaut bei den büscher rein mal gucken was der noch so ein paar im repertoire hat an folgen playlists projekten und wir schon lange bestimmt nicht mehr gehört habt abonnieren kommentieren und auf die glocke klicken und auf die glocke klicken darauf ok nach 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 nach